ja hi liebe youtuber ich wollte euch heute mal das fischer e m 17 23 e bike mit einem 557 watt amperestunden fischer akku vorne mit scheibenbremsen und hinten auch scheibenbremsen und der antriebsmotor ist von bafang mit 45 newtonmeter das ist der hier ist der antrieb geschalten wird über einen neuen gang shimano dior wir sehen können und ja ich muss zusagen sattel habe ich mir neun kaufen müssen und noch eine gefederte sattelstange habe ich mir auch noch besorgt wie ihr sehen könnt weil der originalsattel ist schon ziemlich hart aber jetzt geht es super der popo fühlt sich gut ja hier noch und noch schnellspanner natürlich die reiben sie mit schnellspanner hat den nachteil dass es schnell geklaut werden kann und zur federung die santo xcm federung mit sogar mit lockout wie man sehen kann da kann man praktisch die feder starre machen das heißt dass keine federung mehr da ist und hier kann man noch die federung noch härter oder leichter einstellen dann genau hier ist noch zur schaltung das ist das acera schaltwerk vorne ich weiß nicht ob man sie zieht jetzt jetzt besser und mit hydraulischen scheibenbremsen muss ich dazu sagen das sind hydraulische scheibenbremsen dann noch hier zum display verwaltet wird alles durch das bafang display wie ihr sehen könnt und der motor wird hiermit gesteuert mit plus rauf und runter noch ein schalter für die beleuchtung im display ein und ausschalten und die informationen hier man sehen kann jetzt wirklich mal auf info sieht man natürlich auch wie viel watt dann geht es weiter das ist dann trip was ich schon gefahren bin bin knappe 8 60 km mit dem fahrrad gefahren dann noch totale kilometer 68 und geht es weiter ja maximal war mein speed 38,4 wo ich gefahren bin und hier kommen wir dann noch 20 km durchschnittsgeschwindigkeit durch immer fahren und hier geht es weiter und jetzt habe ich noch 55 km zum fahren da ich auf stufe 4 also fast auf vollgas bin und die nächste das ist das sieht man wie viele wattstunden am motor verbraucht also das heißt wenn es ihr fahrt sieht so und so viele wattstunden braucht jetzt euer heckmotor ja was gibt es noch zu sagen ja beleuchtung war nicht dabei die habe ich nachgekauft wie ihr sehen könnt ich habe mir hier noch ein kleines licht rein hier bin auch ein kleines licht eingebaut vorerst habe ich hier das abgeklebt weil die schrauben noch offen sind mag nicht das wasser in rahmen geht weil ich schon im regen gefahren bin deswegen jetzt habe ich das hier auch abgeklebt dass kein wasser reinkommt weil das ist mit löcher da müsste man schutzblech hinbauen hier ist auch noch für die schutzblech halterung ein loch versehen ja was gibt es da alles noch zu sagen am großen und ganz nicht viel mal so von der seite mal anschauen so sieht es von der seite aus und so sieht es von vorne aus recht sportlich hat auch dicke ballon reifen drauf wie zu sehen könnt die reifen sind ernst fett also wirklich da geht was bei dem bike fischer bike wird hergestellt in der pfalz ja garantie ist glaube ich 30 jahre auf dem rahmen zwei jahre auf den ganzen anderen rest bis auf die elektronik glaube ich ein jahr aber reicht voll und ganz und jetzt bin ich 68 kilometer gefahren super also ich finde das ist ein super bike fährt sich super so jetzt nehme ich euch noch mit nur im fahren ist mir aufsteigen kleinen cut hier der moment kommt gleich wieder so da bin ich jetzt wieder zwar schalten wir mal hoch jetzt wird man nichts mehr hören wegen am fahrtwind egal aber so fährt sich das ist halt hier ja das ist dann noch rein fahren auch hier Westpark. Hier auch noch mal die Beine. Ganz gemütlich. Jetzt geht es sogar bergauf. Trotzdem ganz gemütlich bergauf. Ohne dass man sich anstrengen muss. Sehr geil. Also macht Spaß ohne Ende. So, jetzt geht es hier bergauf. Ich fahre jetzt mit Stufe 4, also nicht mit Vollgas. Und ist das gemütlich. Ja, bergauf. Ganz gemütlich. Ohne sich abzuhetzen. Ohne irgendwie zu schwitzen. Super. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht machen. Wollte ich bloß mal das Fischer EM 1723 vorstellen. Also bin sehr zufrieden damit. Kann ich nur empfehlen. So, jetzt bin ich hier mal auf der Straße. Jetzt bin ich dann weg, Leute. Wegen den Nummernschildern. DSGVO macht es möglich. Also Pferdseich, ciao. Und vielleicht bringe ich noch ein kleines Filmchen. Also, dere Pferdseich.